Thorstens Mobile Design, Collage, Ahrtalbahn 01, Lenz Spur 0 Gleis, 3D-Ansicht Anlässlich der Zerstörung der alten Ahrtalbahn Mitte des Jahres 2021 wollte ich eine Anlage entwerfen, die an die alte Ahrtalbahn erinnert. Es war ausdrücklich nicht das Ziel, die Ahrtalbahn sklavisch nachzubauen. Viel wichtiger war es mir bei der Planung, die Atmosphäre und die Charakteristik des Ahrtals einzufangen. An den Wänden ist der hintere Teil des Ahrtals dargestellt. Im Prinzip ist das Vorbild für den Bahnhof, der hier dargestellt ist, der Bahnhof Dernau. Die Mittelzunge stellt etwa den Bereich Bunte Kuh bis etwa kurz vor Maischoss dar. Ein besonderes Charakteristikum der Ahrtalbahn war es, dass bei Brücken und Tunneln noch deutliche Hinweise auf die anfängliche Zweigleisigkeit dieser Nebenbahn zu sehen sind oder zu sehen waren. Das wurde zum Beispiel in dieser Szene durch die zweite Brücke und die zweite Tunnel-Einfahrt verdeutlicht. Sie sind auf der Modellbahn genauso unbenutzbar, wie sie es beim Vorbild nach dem Ersten Weltkrieg waren. Durch den befahrbaren Tunnel kommt der Zug dann in den Schattenbereich der Anlage. Dort fährt er über dieses Gleis in die Spitzkehre im Bildvordergrund. Die ist zweigleisig ausgeführt, damit ein Zug abgestellt werden kann, während ein anderer Zug in den großen Schattenbahnhof eine Etage tiefer fährt. Über das Lenz-Drehgleis können Triebfahrzeuge entweder auf ihr Abstellgleis fahren oder an die andere Seite des Zuges wechseln. Auf diese Art und Weise können dann doch verhältnismäßig viele Triebfahrzeuge, auf der für Spur-Null-Verhältnisse doch verhältnismäßig kleinen Anlagen untergebracht werden. Wer diesen Gleisplan bestellen möchte, findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu einer Bestellmöglichkeit für diesen Gleisplan. Wer die Gleisplan für Vielen Dank.